Was ist ein Kämpfer? Ist es jemand, der anderen wehtut? Nein, ein Kämpfer ist jemand, der niemals aufgibt. Er steht immer auf und stellt sich seinem Gegner. Auch wenn sein Gegner unbezwingbar scheint. Auch wenn sein Gegner Haarausfall heißt. Du bist stärker. Ich, Kerim Engizek, war bei Illiter zur Haartransplantation. Komm auch zu Illiter. Ich, Kerim Engizek, war bei Illiter. Ich, Kerim Engizek, war bei Illiter. Ich, Kerim Engizek, war bei Illiter.